Hallo Welt, da sind wir wieder auf Monarch und wir werden mal mit Catherine Magdalene sprechen und gucken, ob wir unseren Ruf hier etwas steigern können bei Sublight in Fallbrook. Ja, endlich haben wir die Borstfabrik geschafft. Ich dachte, wir sprechen mit dem King, aber haben wir gar nicht. Mit dem König? Mit dem Wurstkönig? Brauchten wir gar nicht. Sauber ist es ja nicht gerade hier. Oh, naja, okay. Die Fabrik ist außer Betrieb, genau wie du wolltest. Ja, das war's. Dann reicht mir das fürs Erste. Ha, wir haben den Sublight-Dienstleisterhelm erhalten. Und der Ruf hat sich erhöht. Sie hat uns einen besseren Ruf beschert. Wir sind angesehen. Was heißt das? Wie viel Prozent haben wir? 100 Prozent haben wir ja doch geschafft. Und wir mussten die Außerirdische nicht mal töten. Sehr schön. Na ja, verbockt haben wir auch ein bisschen was. Das blieb nicht aus. Wir haben die Sachen lieber an Gladys verkauft. Oh, dann haben wir nur noch einen Auftrag hier. Sprich mit Minister Clark. Ja. Ja. Moment mal. Er verkauft nichts. Nein, von dir wollen wir nichts. Aber von dir. Luana Reed. You shoppin' for pre-owned or new? If you bloody it, you buy it. Store policy. Dann handeln wir mal. Sublight, Scharfschützengewehr. Das wollten wir die ganze Zeit haben. Langwaffen, Schaden 135. Ja, Magazingröße schwer, 6. Spezialeffekt ausführen. Modifikationen, Flüsterauer ist schon drauf. Und das Großvisier, Schaden nach Rüstung, plus 15. Ein schallgedämpftes Scharfschützengewehr, das auch noch mehr Schaden verursacht. Perfekt zum Bergen. Ja, das wollten wir immer haben. Jetzt können wir es haben. Dann kaufen wir das auch. Modifikationen hat sie vielleicht schon. Ja, sie hat hier das größere Magazin. Das kaufen wir, glaube ich. Oder Schock. Dann brauchen wir nur noch, wenn wir Schock draufpacken, dann brauchen wir nur noch eine Waffe mit uns rumzuschleppen. Dann brauchen wir nur noch das Scharfschützengewehr hier. Och, das haben wir aber auch im Spind. Spind haben wir genug davon. Flüsterauer, Sprinterlauf. Ach, egal. Genau. Tja, danke dann. So, haben wir beide gekauft. Dann haben wir nachher nochmal die Qual der Wahl. Aber wie gesagt, wir haben sowieso alle Modifikationen mehrfach auf unserem Schiff. Gesprochen haben wir, denke ich, hier mit allen. Ähm. Hey da, sagt gar nichts. Das ist neu. Dann vergleichen wir doch mal. Wir haben hier das Jagdgewehr Ultra. Das richtet jetzt, weil wir es ein paar Mal aufgewertet haben, ein 333 Schaden an. Neun Patronen passen rein. Wir haben das Flüsterrohr drauf. Wir haben Magnum, die größere Magazin-Modifikation haben wir drauf. Und weizigter Waffenreichweite, plus 25. Hier haben wir das Großvisier. Schaden nach Rüstung drauf. Ja, wir könnten die beiden hier austauschen. Also doch die Elektro... Also die Schock-Modifikation draufpacken. Ah, das ist schön. Who ordered the bottles of Raptodon Musk? One has broken. Echt? Eine ist kaputt gegangen? Wo denn? Modifizieren. Also diese hier. Flüsterrohr ist hier drauf. Ja, dann machen wir doch den Schock drauf. Dann ist das genau wie die andere, nur eben besser. 135 Schaden. Und wo ist das Schockgewehr, das wir vorher hatten? Hier, wie schwer ist das eigentlich? Drei? Drei Kilo und das auch drei Kilo. Schaden nach Rüstung und Schaden nach Rüstung. Ja, das wäre im Prinzip das Gleiche, nur ein bisschen besser. Wenn wir daran noch etwas tüfteln. Tüfteln. Oh, 210? Das ist aber immer noch sehr gut. Weil unseres hier schon 333 Schaden anrichtet. Ja, so lassen wir das. Ja gut, eine Waffe können wir wieder aus dem Inventar entfernen. Und die taktische Schrotflinte schleppen wir immer noch mit uns rum. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Sollen wir die wirklich hier lassen? Das hat echt Spaß gemacht. Aber die wiegt drei Kilo, also lassen wir sie hier. Das haben wir bekommen. Sublight, Dienstleisterhelm von Aramid Ballistics. Rüstung 18, Stufe 15, Rüstungstyp. Kleidung. Fertigkeitsbonus. Schaden gegen Kreaturen. Plus 25. Das ist ja mal selten. Ich erinnere mich nicht dran, dass wir so etwas schon mal irgendwo gefunden hätten. Catherine zollt ihr ihre Anerkennung. Ja, Verkaufserlös 138, Gewicht 50 Gramm. Und Zustand 100%. Das lassen wir aber mal hier. Und das hier lassen wir eigentlich auch hier. Ein Hand-Nahkampfwaffen. Wiegt aber nichts, deswegen behalten wir es doch dabei. Okay. Raptidonfleisch brauchen wir da nicht so viel. Na, das lassen wir mal so. Die wiegen nichts, oder? Gar nichts. Ja, damit sind wir doch wieder leicht. Ich glaube, es geht nach Byzantium als nächstes. Byzantium und wir dürfen... ...einmal eine Sightseeing-Tour machen. Das ist ja neu. Barwagen. Einstmals Besitz von Frey. Postum. Äh, Postum einer nobleren Verwendung zugefügt. Deiner Kajüte. Oh, Borstfactory. Können wir das auch untersuchen? C und P, Borstwurstschild. Mach mich stolz und ich überschütte dich mit Borstwurst und Gold. Hintergeh mich und ich serviere deinen Kopf auf einem Silbertablett mit Pilzsoße. Signiert vom Borstkönig von Monarch selbst. Ja, das haben wir da wohl irgendwie aus einer Schublade mitgebracht. Scheinbar. Das kennen wir, glaube ich, schon. Das kennen wir auch schon. Ja, so weit, so gut. Dann gucken wir uns die Quartiere unserer Kumpel in See noch mal an. Beutel mit schimmeligen Herzstückchen, äh, Küchlein, Herzküchlein. Diese schimmeligen Ritzos, Herzküchlein, sind steinhart, seltsam, entfärbt und Jahrzehnte jenseits ihres. Keine Reklamation nach diesem Datumdatums. Der kann also was damit anfangen. Sams Seifenreiniger. Pico Bello ist der zweite Vorname dieser Einheit. Ein Reiniger, der tatsächlich Keime statt Menschen töten soll. Schaltet den Vorteil frei. Sauber für Sam. Seifen haben wir hier noch und da liegt aber doch noch was. Verbrauchter Lufterfrischer. Zitronige Frische. Aha. Lustig. Hier ist es immer noch super laut drin, bei Parvati im Raum. Sie hat aber nichts zerbrochen hier, oder? Ah, sie hat die moderne Stahlzange und Tu. Das Buch hat etliche Eselsohren und Kritzeleien an den Rändern. Ja, so muss ein Buch sein, das man benutzt. Ein Werkzeugkasten, ramponierte Werkzeugkiste, voll mit modifizierten Werkzeugen von vermutlich einmaligem mechanischem Nutzen. Unbesehen reinzugreifen, kostet vermutlich einen oder mehrere Finger. Das kennen wir, Spacers Choice. Ja, mit der Drohne haben wir bis jetzt noch nicht so viel anfangen können. Kommt vielleicht noch. Boah, das haben wir hier schon untersucht, denke ich. Ja genau, die Taschenuhr. Munition, Munition. Ich frage mich, wo dieses Fläschchen mit den Aphrodisiakom kaputt gegangen ist. Oh, sie hat ja nicht viel Neues hier drin. Unsere Nioca. Ach, und das hier ist Ellis Zimmer, ja genau. Arztausrüstung. Scheren für Möhlbinden, Skalpelle für Wunden und tragbare Laserstäbe für einen perfekten Ton. Das haben wir alles, das haben wir alles gesehen, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen und das haben wir auch gesehen. Mysteriöse Schnapsflasche zum Desinfizieren von Ausrüstung, hoffentlich. Ja, hier fehlt noch jemand. Und hier auch, Moment, war da nicht noch ein Raum? Dieser hier, ah ja, okay, den WK haben wir nicht geholt. Na, ist bei euch alles in Ordnung hier? Schmeckt das Bier? Ja, ich denke schon. Sonst würde sie es wohl nicht trinken. Ach so, wir gucken mal hier oben weiter. Ist immer noch zu? So viel sauberer als vorher ist es nicht. Ja, doch. Ja, nein, die Wände auf jeden Fall nicht. Der Boden ist vielleicht etwas sauberer. Den Boden hat er schon ein bisschen sauber machen können. Aber vielleicht meine ich das auch nur. Unser Sam. Wie konnte die Flasche denn überhaupt kaputt gehen, frage ich mich. Just a reminder that this engine will need servicing in another 10 million kilometers. Ah, ja. Pavati wird sich schon darum kümmern. Sonst hat sich hier nicht viel verändert, oder? Das war's, meine ich. Okay. Haben wir euch gestört bei was? Ada, alles gut? Ich hätte gerne ein wenig Unterhaltung. Certainly, Captain. What would you like to hear? Erzähl mir einen Witz, Ada. Two atoms were strolling through Roseway when one of them exclaimed, I think I lost an Electron. Really? The other asked. Are you sure? Yes, I'm absolutely positive. Ja, das reicht fürs Erste. As you wish, Captain. I must comply with all direct orders. Dann sehen wir uns später. I'll be here. Ja, es geht nach Terra 2 wieder. Byzantium. Aber was ist denn mit den anderen Planeten hier? AG 211? Eridanos. Halcyons zweiter Jupiter-ähnlicher Gasgigant. Ach, ein Gasgigant? Ja, da können wir doch gar nicht drauf landen. Ach so. Seine Atmosphäre ist reich an Wasserstoff, Helium und verschiedenen Edelgeisen. Destillationseinrichtungen in der Atmosphäre bauen die Gase zur Energiegewinnung ab. Okay, der ist verschlossen. Okay, der ist verschlossen. Dann Hephaestus. AG 534. Hephaestus. Der sonnennächste Planet. Die Hephaestus Mining Company hat hier die ersten Außenposten errichtet und damit auch den Planeten für sich beansprucht. Da können wir nicht hin. Und Typhon? AG 642. Typhon. Ein unbewohnbarer, eisüberzogener Planetoid am Rand des Helzion-Systems. Typhon hat der Helzion-Kolonie nichts zu bieten. Ach so. Dann brauchen wir da also gar nicht hin. Olympus. AG 111. Olympus. Der größere von Helzions zwei Jupiter-ähnlichen Gasgiganten. Die Oberfläche des Planeten selbst wird von ewigen Stürmen heimgesucht. Eine Besiedlung ist ausgeschlossen. Echt jetzt? Dann sind wir soweit durch, oder? Fehlt nur noch das hier? Nach Edgewater wollen wir nicht nochmal. Frachthafen, Landeplatz von Byzantium. Oh, oh, was ist denn hiermit? Wir sind jetzt in Orbit von Byzantium, Captain. Wen nehmen wir jetzt mit? Ah, Moment. In der nächsten Folge gucken wir uns erstmal unsere Begleitervorteile an, ja? Dann werden wir in der übernächsten wahrscheinlich dorthin mal sehen, wie wir da vorankommen. Diese Folge auf jeden Fall ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020